Hallo, willkommen auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch die schönsten Plätze von La Paz. Hinter mir ist die schöne Kirche. Hier finden regelmäßig Gottesdienste statt. Untertitelung des ZDF, 2020 Hier ist ein wunderschöner Aussichtspunkt. Hinter mir seht ihr schön auf den Atlantik hinüber zu Lago Martinez und auf die Stadt Porto de la Cruz. Ein wunderschöner Spazierweg hier entlang der Küste. Hier gehen wir ein Stück, man sieht ganz schön jetzt schon hinein auf die Steilküsten Teneriffas. Schöner Spazierweg hier entlang der Küste. Hier gehen wir ein Stück, der Küste. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.